Merkel versetzt Deutschland durch § 28b Infektionsschutzgesetz den Todesstoß. Am 22. April 2021 trat § 28b Infektionsschutzgesetz, kurz IFSG, das sogenannte Notbremsengesetz, trotz massiver Kritik und Warnungen zahlreicher Experten in Kraft. Bundeskanzlerin Merkel hatte kurz zuvor in einer kurzen Ansprache um Verständnis für diesen Plan geworben. Kla.TV nimmt ihre Aussagungen heute genauer unter die Lupe. Womit begründete Frau Merkel die angeblich unerlässliche Notwendigkeit einer Notbremse? War nicht im Vorfeld die Notwendigkeit bereits widerlegt? Dazu sollen auch Experten und andere ernstzunehmende Stimmen zu Wort kommen, denen Frau Merkel bisher direkt oder indirekt eine Stellungnahme in einem offenen Diskurs verweigerte. Wir setzen die Notbremse bundesweit um. Wo die Inzidenz über 100 liegt, sollen künftig bundeseinheitliche Regeln gelten. Sie ist dann nicht mehr Auslegungssache, sondern greift automatisch. Die Unklarheiten, was in dem einen oder anderen Land wann gilt und was wann nicht gilt, das ist dann vorbei. Lassen wir doch hierzu mal den ehemaligen Vorsitzenden des Deutschen Richterbundes Jens Knieser zu Wort kommen. Dort, wo die Zahl der Infektionen stabil unterhalb der Inzidenz von 100 ist, sind es weiterhin die Länder, die in ihren Verordnungen über Einschränkungen genauso wie über Lockerungen entscheiden. Hören Sie dazu ein Wort von Professor Bergholz, wie die Inzidenzzahlen entstehen. Diese Inzidenz ist physikalisch, statistisch und messtechnisch Blödsinn, weil es eine elementare Regel gibt. Ich muss das Ergebnis der Stichprobe auf die Größe der Stichprobe beziehen und nicht auf eine willkürliche Zahl von 100.000. Die hat damit überhaupt nichts zu tun. Wenn Daten von vorne herein falsch erhoben und berechnet werden, dann ist auch das Ergebnis nicht viel mehr als eine Hausnummer. Die bundeseinheitlich geltende Notbremse ist überfällig, denn auch wenn es schwerfällt, was auch heute wieder zu hören ist, die Lage ist ernst. Frage dazu von Herrn Reitschuster, Journalist an die Herren Spahn und Trosten. Die Gesellschaft ist ziemlich gespalten im Moment, habe ich den Eindruck. Wir haben zwei Öffentlichkeiten, die parallel sind. Diejenigen, die an den offiziellen Angaben zweifeln und diejenigen, die daran glauben. Wäre es nicht sinnvoll, wenn man da einmal einen Austausch machen könnte? Also, wenn jemand wie der Professor Drosten, Professor Marx, Herr Professor Wieler, wenn sie sich mal zusammensetzen würden mit Professor Bakhti, mit Dr. Wodak, mit den wirklichen Kritikern. Sie sind ja überzeugt, sie sagen ja auch, sie haben so gute Argumente, da müsste es ja sehr leicht fallen, das auch zu widerlegen. Und dieses Bedürfnis ist, glaube ich, groß nach so einem Gespräch. Und die Zeit müsste ja auch da sein im Kabinett. Man konnte sich sogar mit Küken und PET-Flaschen beschäftigen. Ist dieser öffentliche Diskurs nicht auch längst überfällig? Das Volk nimmt es ernst, dass diese Offenheit von Frau Merkel nicht in Betracht gezogen wird. Und das macht es schwer bis unmöglich, ihre Worte ernst zu nehmen. Und wir alle müssen sie, die Lage, auch ernst nehmen. Die dritte Welle der Pandemie hat unser Land fest im Griff. Das sagen die täglichen Infektionszahlen des RKI, das sagt die Entwicklung des R-Wertes und das sagen vor allem die Zahlen von belegten Intensivbetten. Hören wir doch mal, was Unternehmer Samuel Eckert dazu meint. Das ist ja praktisch. Wir dürfen die Ärzte und Pfleger, die seit über einem Jahr in den Krankenhäusern alles geben, um sich gegen die erste, gegen die zweite Welle und jetzt auch gegen die dritte Welle zu stemmen, nicht allein mit dieser Herkules-Aufgabe lassen. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Wir müssen ihnen helfen. Während Frau Merkel vordergründig um Hilfe für medizinisches Personal fleht, versetzt sie mit dem § 28b Infektionsschutzgesetz dem gesamten deutschen Volk mit der Wucht eines Herkules hinterrücks den Todesstoß. Dazu findet Gerhard Wisniewski deutliche Worte. Diese Maßnahmen dienen einem einzigen Ziel. Dem Ziel, unser ganzes Land aus der Phase der stetig steigenden Infektionszahlen, der sich füllenden Intensivstationen und der bestürzend hohen täglichen Corona-Toten herauszuführen. Rechtsanwalt Holger Fischer widerspricht Merkel hier sehr entschieden. Der Lockdown wird in Stein gemeißelt, verstetigt. Beteuerungen seitens der Politik, das Infektionsschutzgesetz sei ja nur für einen Übergangszeitraum gedacht, überzeugen nicht. Denn warum macht man ein Bundesgesetz, das unbefristet gelten soll, wenn man es in einigen Wochen wieder lockern wollte? Wir haben es ja schon einmal geschafft, durch konsequentes Handeln die Zahlen der Ansteckung wieder auf ein kontrollierbares Maß zu reduzieren. Und das kann und wird uns auch wieder gelingen. Hören Sie, was Ernst Wolf hierzu zu sagen hat. Das straft Merkels Aussage gezielt ab. Wer heute glaubt, dass die verlorengegangenen Arbeitsplätze zurückkehren werden, der irrt. Das Geschäftsmodell der großen IT-Monopole, die uns nach dem Lockdown stärker als je zuvor beherrschen, sieht nämlich keine Vermehrung, sondern im Gegenteil den rasanten Abbau von Millionen weiterer Arbeitsplätze vor. Der Einsatz von Homeoffice, Homeschooling, von selbstfahrenden Autos, Arbeitsrobotern, 3D-Druckern und die flächendeckende Einführung der Biometrie bis hin zur direkten Vernetzung von Mensch und Technik. Also das gesamte Spektrum der Digitalisierung wird Millionen und Abermillionen weiterer Jobs überflüssig machen. Und das schon sehr bald. Das aber kann die menschliche Gesellschaft in ihrer heutigen Form nicht verkraften. Wie klar zu erkennen ist, hält keine einzige Aussage von Frau Merkel einer genaueren Prüfung stand, dass es das neue Gesetz § 28b Infektionsschutzgesetz zur Eindämmung der angeblichen Pandemie braucht. Wir beenden diese Sendung mit einem Zitat von Berthold Brecht. Es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem ein Messer in den Bauch stechen, einem das Brot entziehen, einen von der Krankheit nicht teilen, einen in eine schlechte Wohnung stecken, einen durch Arbeit zu Tode schinden, einen zum Suizid treiben, einen in den Krieg führen und so weiter. Nur weniges davon ist in unserem Staat verboten.